Sie hören Zwischen dir und mir das Meer von Katharina Herzog, gelesen von Elena Wilms, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Erich Fried Prolog Mariella, Ravello, August 1972 Das fremde Mädchen trug ein rosafarbenes Kleid mit einer breiten Spitzenborte am Saum und weiße Schnallenschuhe. Mariella starrte aus dem Baumschatten wie gebannt auf das hellbraune Haar, das dem Mädchen bis über die Schultern fiel. Die Korkenzieherlocken wippten bei jedem Schritt. Noch nie war Mariella jemandem begegnet, dessen Haar so weich aussah. Topolino, rief das Mädchen mit heller Stimme. Während es den Pfad hinauf eilte, der Scala, das Dorf, in dem Mariella wohnte, mit Ravello verbannt. Topolino, wo bist du? Auf der Höhe von Mariellas Versteck blieb sie schwer atmend stehen und sah sich suchend um, sodass Mariella Zeit hatte, sie aus der Nähe zu betrachten. Mit den riesigen Augen, der Himmelfahrtsnase und dem kleinen Mund sah sie aus wie eine dieser vornehmen Porzellanpuppen, die im Wohnzimmer von Tante Edna überall herumsaßen. Einmal hatte Mariella eine davon angefasst und von ihrer Tante prompt eine Ohrfeige dafür bekommen. Das Mädchen hier hatte eine genauso weiße Porzellanhaut, viel heller als die von Mariella. Bestimmt durfte sie nur mit Sonnenschutz rausgehen und musste immer darauf achten, dass sie sich nicht schmutzig machte. Mariella grinste, als das Mädchen sich hinunterbeugte, auf seine Fingerspitzen spuckte und einen Fleck von seinen Schuhen rieb. Dabei schimpfte es leise vor sich hin. Als das Mädchen aufschaute, zog Mariella den Kopf ein. Aber es war zu spät. Man hatte sie entdeckt. »Was gaffst du mich an?« fuhr sie Mariella an. Ihre Augen hatten eine ungewöhnlich helle Farbe. Sie waren silbrig-grün, wie die Blätter des Olivenbaumes, hinter dessen Stamm Mariella sich versteckt hatte und hinter dem sie nur zögernd hervortrat. »Wen suchst du?« Nervös schob Mariella mit dem nackten Fuß einen Stein fort. Obwohl sie am liebsten weggeschaut hätte, hielt sie dem bohrenden Blick des Mädchens stand. Ihre Hände verbarg sie hinter dem Rücken, denn heute Morgen hatte sie Babbo im Garten geholfen und immer noch dunkle Ränder unter den Nägeln. »Mein Kater!« »Dein Kater heißt Topolino? Mäuschen?« Das Mädchen reckte das Kinn. »Er ist noch ein Baby. Hast du ihn gesehen?« »Wie sieht er aus?« »Er ist schwarz. Ganz schwarz. Bis auf einen kleinen weißen Fleck an der Nase. Ich muss ihn unbedingt finden. Er kennt sich hier nicht aus.« »Ich kann dir helfen, ihn zu suchen«, rief Mariella. Die Schatten der Olivenbäume reichten noch nicht über den Pfad. Bis Babbo Antonio sie zum Abendessen rufen würde, hatte sie noch genug Zeit. Und ihr war langweilig. Im August fuhren alle, die ein paar Lire übrig hatten, ans Meer. Außer Babbo und ihr blieben nur alte Leute in Skala. Das Mädchen nickte gnädig. Trotz der feinen Schuhe mit den kleinen Absätzen flitzte es überraschend schnell über den staubigen Pfad. »Topolino! Topolino! Jetzt komm endlich her, du nutzloser Kater!«, rief sie herrisch. Aber Mariella hörte genau, dass sie Angst hatte. Sicherlich machte sie sich Sorgen um ihren Kater. Als eins ihrer Kaninchen vor ein paar Wochen aus seinem Gehege ausgebrochen war und Mariella gefürchtet hatte, der böse Hund der Nachbarin könnte es erwischen, hatte ihre Stimme ganz genauso hell geklungen. »Wie heißt du?«, fragte sie, um das Mädchen abzulenken. »Franceska!«, antwortete die andere, während sie weiter angestrengt nach dem Kater Ausschau hielt. »Und du?«, es klang nicht so, als ob sie das wirklich interessierte. »Mariella, wohnst du in Ravello?« »Ja. Meine Eltern, mein Bruder und ich sind vor zwei Wochen von Neapel hierher gezogen. Mein Vater verkauft jetzt Zitronen.« Sie verdrehte die Augen. »Ich wäre lieber in der Stadt geblieben. Wir hatten ein Haus an der Promenade. Und von da aus konnte man auf den Vesuv schauen. Und meine beste Freundin Angela hat nur eine Straße weiter gewohnt.« Mariella spürte, wie Francesca sie aus den Augenwinkeln begutachtete. »Und sie bereute es, dass sie nicht wenigstens ihre guten Sandalen anbetrugte.« »Wasts du in Ravello?« »Mun del convincedская Stefanie sie auch zu den Augenwinkeln. »Mun den schedar müssen in Ravello Gröning andere quaalte Ak 국 Landskreyado ein wenigstens秘. » Das ist等지를 im Ravello,セ�� zu Über預 surgieren. Vielen Dank.